Grüezi miteinander, in der nächsten Halbstund geht es um Baustellen, SEO-Baustellen. Herzlich Willkommen! Dass etwas ein bisschen teurer wird, als es geplant war, oder dass es ein bisschen länger geht, als es geplant war, oder dass vielleicht auch die Qualität nicht ganz so gut ist, wie man das erwartet hätte. Also, dass SEO-Baustellen recht viele Nerven brauchen. Es geht darum in dieser Halbstunde, dass diese Baustellen nicht zu gross werden, sondern überschaubar. Und, wie schon angetönt, Ihr Baumeister in dieser halben Stunde, das wäre ich. Ich bin seit etwa sieben Jahren bei Debt. Das war übrigens früher Your Position. Ich wurde vorher schon zwei-, dreimal gefragt, warum ich den Arbeitgeber gewechselt habe. Das habe ich nicht getan. Wir heissen jetzt anders und sind ein bisschen grösser. Das sehen Sie jetzt dann gleich. Ich habe noch ein Projekt am Laufen. Ich publiziere jeden Tag einen SEO-Tipp. Wenn das interessiert, könnte heute der Fall sein. Ihr findet das unter dem Hashtag 365 SEO-Tipps. Ja, eben, wir sind Debt. Wir sind aktuell gut 1.150 Mitarbeiter an 20 Standorten in zehn Ländern. Und für uns SEOs ist es noch spannend. Wir haben fünf Standorte, wo wir SEO machen. Also, nebst Zürich wäre das noch in Rotterdam, Berlin, Kopenhagen und Dublin. Also, wir können uns da wunderbar international austauschen. Und wenn wir in der Analogie bleiben, wir sind quasi der Generalunternehmer für Digital Business. Also, früher mit Your Position hatten wir vor allem Digital Marketing auf dem Programm und jetzt ist ziemlich alles. Wir haben in letzter Zeit oder dauernd ziemlich viele SEO-Projekte begleitet. Und wir machen recht gerne so fancy Sachen und so ein bisschen advanced. Die Realität ist aber so, dass wir bei sehr vielen Kunden, ausser die, die schon länger bei uns sind, recht viele Basics umsetzen. Und, haben wir vorher auch gehört, ist so das Fundament halt für gute Sichtbarkeit. Und wir haben gemerkt, dass auch viele Unternehmen Mühe haben, diese Basics umzusetzen. Und ich habe gedacht, ich nehme das Thema Basics mit. Ich möchte aber nicht einfach ein Thema nehmen, sondern ich habe mal versucht herauszufinden, was sind eigentlich die meisten SEO-Baustellen, also die meisten Themen, die Mühe machen in Unternehmen. Und damit das nicht ganz so objektiv ist, habe ich drei Personen aus dem Team gefragt, Christine, Ise und Manuel. Und jetzt ist das natürlich völlig subjektiv, was da rausgekommen ist. Ja, und ich weiss nicht, was denkt ihr, so die häufigsten SEO-Baustellen? Das ist eine rhetorische Frage. Ich möchte euch die mal aufzeigen und auch jeweils kurz erläutern versuchen, was so die Herausforderungen sind oder die Probleme. Und natürlich auch, was für einen Lösungsansatz wir jeweils haben. Vielleicht auch mit einem Tooltip oder weiterführenden Quellen. Ist natürlich überhaupt nicht so gedacht, dass das irgendwie vollständig wäre oder dass wir da überall immer die perfekte Antwort haben. Aber mal als kleine Inspiration für euch. Interessanterweise haben die Kollegen und ich am meisten Themen aufgelistet im Bereich Unternehmen und Prozesse. Möglicherweise liegt das daran, dass wir eine Agentur sind und recht gerne die Schuld den Kunden übergeben. Nein, ich habe vier Themen da herausgeschält. Das erste, was wir immer mal wieder antreffen, ist, dass unklare Strategien da sind oder gar keine Strategien. Also Marketingziele sind nicht klar oder Alleinstellungsmerkmale. Und das ist dann schwierig, irgendwelche Inhalte zu erstellen oder zum Beispiel Meta-Descriptions zu Texten, wo man dann halt Stärken auflisten möchte. Wenn das der Fall ist, empfiehlt es sich natürlich, diese Strategien noch zu entwickeln. Wir haben recht gute Erfahrungen gemacht mit dem See-Think-Do-Care-Framework. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Das geht davon aus, dass es vier State gibt von Kunden. Also hier wäre Do-Phase, wenn der Kunde wirklich etwas kauft oder etwas bestellt. Think-Phase, wenn er sich damit beschäftigt. See-Phase, wenn er noch gar nicht unbedingt weiss, dass er es braucht. Und Care, wenn er eigentlich schon Kunde ist. Und darüber legt man fünf Ebenen. Die Audience, Micromoments, also wann der potenzielle Kunde mit dem Unternehmen Kontakt hat. Content, Distribution und Measurement. Und versucht da jede Zelle auszufüllen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass man da in relativ kurzer Zeit relativ weit kommt. Und dann schon ziemlich gute Ergebnisse hat zum Weiterarbeiten. Ein weiteres Thema Ressourcen hat irgendwie auch mit dem Stellenwert von SEO zu tun. Wir haben immer wieder die Situation, dass wir eigentlich, ja wir sind wieder die Agentur, mehr Budget oder mehr Zeit wünschen würden. Weil wir denken, es bräuchte mehr. Es können aber auch interne Ressourcen sein, die zum Teil knapp sind. Ich denke, das kennt ihr auch. Oder dass das Know-how einfach recht tief ist im Unternehmen und man deshalb nicht weiterkommt. Und ich glaube, da braucht es einfach Überzeugungsarbeit. Im Idealfall hat man die Ziele schon formuliert im Schritt vorher. Macht eine Analyse des Ist-Zustandes und müsste dann eigentlich den Gap erkennen. Und was auch immer sehr hilfreich ist, ist die Konkurrenzanalyse. Das haben wir vorher auch schon zwei, drei Mal gehört. Und zum Beispiel, ich mache immer wieder Referenzen auf Searchmetrics, aber auch auf andere Tools, kann man in Searchmetrics schöne Domain-Vergleiche machen. Zum Beispiel so plakativ die Sichtbarkeit des eigenen Unternehmens und des Hauptkonkurrenten aufzeichnen. Oder diese Grafik mag ich auch recht. Ich habe da übrigens die Domains weggenommen. Hier sieht man, blaues Unternehmen hat mit 9000 Keywords oder mit 10.000 Sichtbarkeit. Das gelbe Unternehmen mit 50.000 und rechts sieht man auch ungefähr den erwarteten Traffic. Also ich denke, das sind recht überzeugende Argumente, wenn halt der Konkurrent oder die Hauptkonkurrenten bessere Sichtbarkeiten haben. Was wir auch immer wieder erleben, sind Marketing-Silos. Also dass die einzelnen Abteilungen im Unternehmen oder wenn es ausgelagert ist, wir Agenturen recht unabhängig voneinander agieren. Und das führt zu verschiedenen Problemen. Zum Beispiel haben wir immer wieder Unternehmen, die bauen extrem viele losgelöste Landingpages. Also für jede Kampagne gibt es irgendwie eine Subdomain, die überhaupt nicht optimiert ist, auch keine Backlinks hat. Und deshalb auch Mühe haben wird, irgendwelche organische Sichtbarkeit zu erzeugen. Oder wir erleben isolierte Kampagnen. Eine Osterkampagne, die kurz vorher live geht und auch keine Zeit hat, um organische Sichtbarkeit aufzubauen. Oder isolierte Google Ads. Da komme ich gleich noch zu sprechen. Hier geht es logischerweise um Zusammenarbeit. Wir sind Fan von regelmässigen Meetings, alle zwei Wochen zum Beispiel. Es macht natürlich Sinn, es ist ein bisschen trivial, aber wichtig, dass man im Marketing-Team die Zusammenhänge gut kennt. Und was wir auch extrem wichtig finden, ist ein gemeinsamer Redaktionsplan. Also da sollte das SEO-Team auch involviert sein. Für die Zusammenarbeit zwischen SEO und SEA zwei Berichte, die wir recht gerne zu Rate ziehen. Hier bin ich in den Google Ads Landingpage Speed Score. Also ich kann schauen, wie Google eigentlich die Landingpage bewertet bezüglich Ladezeiten. Ich habe hier auch die URLs weggenommen. Und hier habe ich natürlich wunderbare Ansätze, wenn ich sehe, dass Kampagnen auf Seiten gehen, die langsam laden. Dann kann ich, wie heute Morgen schon gehört, die Seitenladezeit zum Beispiel verbessern. Oder was wir auch recht gern machen, wir vergleichen Keyword Inventare. Also Adwords Keyword Inventare, organische Keyword Inventare und gehen auf die Webseite des Unternehmens, scrollen die und messen Worthäufigkeiten. Was dabei herauskommt, ist häufig sehr bereichernd, weil man entdeckt Lücken. Zum Beispiel Keywords, die man mit Google Ads bewirbt, aber auf der Webseite gar nicht abgedeckt sind. Oder auch umgekehrt. Themen, die auf der Webseite eigentlich drauf wären, aber gar nicht beworben werden. Also können wir sehr empfehlen. Und dann noch ein Sachverhalt, der immer ein bisschen schmerzt, wenn wir nicht erfahren, dass gewisse Dinge umgesetzt wurden auf Unternehmensseite. Wahrscheinlich passiert das auch in den Unternehmen selber, dass das nicht alle mitkriegen. Für mich ist das häufig so wie ein Schnurrtelefon, der gegenüber sagt, irgendwie so erstaunt, oh, das hast du gar nicht mitgekriegt. Und das Problem ist natürlich, wir haben dann keine Qualitätskontrolle gemacht oder möglicherweise wurde etwas falsch implementiert und nicht mal absichtlich. Und was da extrem hilfreich sein kann, nebst gemeinsamen Meetings, sind so Tools wie die Visibility Guard bei Searchmetrics. Es gibt auch andere Tools. Das spuckt mir im Prinzip aus oder alarmiert mich, wenn etwas auf der Seite angepasst wurde, was nicht so gut ist möglicherweise. Also ich werde automatisch alarmiert, wenn da was gegangen ist. Kann extrem hilfreich sein. Ich mag mich an einen relativ grossen Schweizer Onlineshop erinnern, der hatte aus Versehen die Canonical Tags auf den Kategorieseiten falsch eingesetzt auf die Startseite. Und Google hat munter begonnen, alle Kategorieseiten zu deindexieren. Wir haben es zum Glück recht schnell gemerkt, aber ja, das könnte ein grösseres Desaster werden. Von dem her, solche Tools sind natürlich extrem hilfreich. Zweites Thema, die klassische SEO-Baustelle schlechthin. Da erleben wir auch die ganze Bandbreite von Möglichkeiten, wo die Aufwände vielleicht zu gross werden können. Ein Punkt, der immer wieder sehr schade ist, ist der Zeitpunkt, wann wir ins Boot geholt werden für SEO. Kennen wahrscheinlich alle. Manchmal ist es nach dem Relaunch, wenn der Sichtbarkeitsabsturz da war. Mag ich rein so aus Arbeitstechnik eigentlich noch gern, weil dann ist es dringend und wir haben viel zu tun. Aber idealerweise wird man natürlich früh einbezogen. Damit das klappt, haben wir eigentlich auch nur irgendwie Überzeugungsarbeit, wenn wir den Kunden schon kennen. Also auch hier die Zusammenhänge aufzeigen oder eine Roadmap, wo man schön sieht, was für Vorlaufzeiten benötigt werden. Und was auch immer hilft, sind halt Beispiele, zum Beispiel von Searchmetrics oder anderswo, wo man so richtige Sichtbarkeitsabstürze nach Relaunches sieht. Das überzeugt meistens, dass man das nicht so machen sollte. Dann hapert es recht häufig nach Relaunches bei Weiterleitungen. Es ist ja wichtig, dass die alten URLs nach dem Relaunch auf die neuen URLs weiterleiten. Hauptsächlich mal für die User, dass die nicht auf toten Seiten landen, aber dann auch aus SEO-Gründen, damit möglichst schnell bei Google die neuen Seiten drin sind und auch Ranking-Signale übertragen werden. Wir sehen häufig keine Weiterleitungen oder technisch falsche oder solche, die auf falsche Ziele führen. Was ist da hilfreich? Auch wieder die Rollen definieren und die Roadmap festlegen und dann auch Priorisierung. Manchmal sind es einfach zu viele URLs, als dass man sie manuell weiterleiten könnte. Möglicherweise priorisiert man nach Themen, die besonders wichtig sind vom Umsatz her oder solche, die sehr viel Sichtbarkeit haben. Und extrem wichtig natürlich das Testing denn auch immer. Vielleicht zur Priorisierung noch. Es gibt in Searchmetrics leistungsstärkste URLs. Kann man sich zum Beispiel zurate ziehen, wo man dann sieht, welche URLs generieren eigentlich aktuell den meisten Traffic. Und es macht sicher Sinn, wenn die dann sehr sauber weitergeleitet werden. Noch zwei, drei Good Practice. Die Frage, was passiert mit einer alten URL. Also wenn der ersetzende Inhalt auch existiert auf der neuen Seite, dann sollte man einen 301 redirect einbauen. Wenn es nicht genau den gleichen Inhalt gibt, kann man sich noch die Frage stellen, ist der Inhalt wichtig? Wenn ja, auch sehr gerne 301 redirect auf eine möglichst passende URL. Und wenn sie nicht wichtig ist, kann man natürlich auch den 404-Statuscode ausgeben, damit die Seite dann ziemlich schnell bei Google aus dem Index rauskommt. Wenn irgendwie möglich die Weiterleitungen mit Regeln definieren, zum Beispiel basierend auf Produkt-IDs. Wenn das nicht geht, halt wirklich eins zu eins Weiterleitungen machen. Das kann ziemlich umfangreich werden, aber es ist wichtig. Und wenn man wahnsinnig viele so Weiterleitungen macht, auch die Server-Performance im Auge behalten und schauen, dass es nicht Weiterleitungsketten gibt. Nach drei, vier Relaunches sehen wir häufig, dass halt Seiten weiter, weiter, weiter geleitet werden. Content Migration, sicher morgen ein Thema, Content. Da möchte ich nur eigentlich vergessenen Content ansprechen. Also einerseits sehen wir immer wieder, dass es ein Problem ist, Inhalte zu exportieren und ins neue System zu importieren. Und unterschätzt deshalb den Aufwand. Und es geht gerne Content vergessen. Also die Empfehlung sehr früh technisch klären, kann man das wirklich migrieren? In der Roadmap sauber aufbauen und sicher während der Testing-Phase auch sauber testen. Und das sind so Beispiele von Inhalten, die halt gerne vergessen werden, weil es vielleicht den Leuten gar nicht auffällt, dass es die gibt, wenn man sich nicht mit SEO auskennt. Also so Page Title, Meta Descriptions, aber auch Bild-Attribute oder interne Verlinkungen, strukturierte Daten und natürlich alle Übersetzungen davon. Wenn man das alles vergisst, kann es sehr schnell mal zu einem Sichtbarkeitsverlust kommen, nach dem Relaunch. Eine Quelle. Searchmetrics hat da ein ziemlich schönes Webinar gemacht, zum Thema Relaunch sicher empfehlenswert. Dann, da habe ich mir Mühe gegeben beim Titel, dass er möglichst attraktiv klingt, also Fehler ausbügeln. Man könnte aber auch sagen, Potenziale ausschöpfen. Und zwar sehen wir auf Webseiten recht häufig, dass sich historisch Fehler aufsammeln im Inhaltsbereich, in Verlinkungen, bei nicht aufrufbaren Seiten. Und häufig werden die nicht so recht angegangen, möglicherweise, weil man nicht so recht weiss, wo beginnen oder wie priorisieren, aber auch oft, weil es einfach spannende Themen gibt. Und logisch braucht es irgendwie ein Audit, aber da gibt es tolle Tools, kommen wir gleich dazu. Und dann halt auch priorisieren, also Themen mit grossem Hebel oder bei wichtigen Inhalten. Und logisch dann die Abarbeitung. Es gibt verschiedene Tools, die wirklich eine tolle Übersicht generieren können, wo denn überhaupt Probleme da sind. Bei Searchmetrics zum Beispiel im Bereich Optimization, wo man sieht erstens, was für Probleme gibt es. Wie viele URLs sind betroffen und wie hoch ist das Potenzial. Natürlich immer auch noch überlegen, ist das wirklich so, ist das auch für meine Webseite, für meine Branche so. Aber das kann extrem viel helfen. Ich habe da auch ein paar weitere Tools, also Google Search Konsole sicher auch anschauen. Da findet man auch Fehler. Dann gibt es den Screaming Frog seit Balbright. Oder wenn ihr nur ganz wenige URLs habt, die ihr anschauen wollt, finde ich auch Browser Plugins sehr hilfreich. Da ist eine schöne Liste. Da müsst ihr nicht immer in den Quelltext rein, sondern könnt per Mausklick zum Beispiel Page Title und Meta Descriptions auslesen lassen. Seitenladezeiten. Ich bin recht froh, dass das schon ganz kurz angesprochen wurde. Ja, wir sehen recht viele Unternehmen mit langsamen Seiten. Und wir merken auch, dass die Motivation, das Thema anzugehen, zum Teil nicht extrem hoch ist und es auch oft technisch komplex wird. Das heisst, auch hier müssen wir meistens zuerst überzeugen, dass das wirklich wichtig ist. Zusammenhänge aufzeigen, Studien zeigen, von Search Metrics zum Beispiel. Und Konkurrenzvergleich wurde auch schon angesprochen. Also das sind jetzt auch zwei Werte aus Lighthouse. Wenn man das so plakativ, eigene Webseite und Konkurrenz, die viel schneller lädt, gegenüberstellen kann, ist das recht überzeugend. Und vor allem auch sinnvoll, also wirklich mit dem eigenen Wettbewerb das vergleichen. Und ein Tool, das ich noch recht cool finde, weil das einfach sehr plakativ aufzeigt, was Sache ist. Web Page Test kann man einzelne URLs analysieren lassen und dann schön untereinander anzeigen. Ich habe hier drei URLs genommen, die etwa gleich schnell laden, weil ich da niemandem auf den Schlips treten wollte. Aber ihr seht, nach zwei Sekunden ist noch nicht sichtbar, nach drei Sekunden so viel, nach vier so viel. Und wenn die eigene Website bis dahinten noch weiss ist und die Konkurrenz da schon alles geladen hat, dann ist das halt wirklich ein sehr überzeugendes Argument. Bei der Umsetzung, ja, auch ziemlich naheliegend. Es braucht halt wirklich jemanden, der technische Expertise hat, sonst kommt man da nicht so recht voran. Das kann jemand in der IT sein. Wenn man Glück hat, hat man einen SEO, der gut technisch draus kommt. Dann sicher die Bilderprozesse ganz gut anschauen, was wird da im CMS hochgeladen. Also es sollte nicht direkt aus der Digitalkamera kommen, sondern halt in der richtigen Größe, in der richtigen Komprimierung. Also wirklich Prozessoptimierung und auch hier wieder Priorisierung, also Themen angehen, die einen grossen Hebel haben, gut umsetzbar sind. Oder kann man auch wieder Tools zu Hilfe nehmen. Searchmetrics haben wir schon gesehen, Ladezeit. Das Tool spuckt aus, wie viele URLs habe ich zu welcher Ladezeit. Ich kann das im Detail anschauen und kann mir natürlich die Seiten oder Bereiche nehmen, die extrem langsam laden. Auch hier ein paar Quellen. Searchmetrics hat da einen dreiteiligen Guide gemacht. Dann die drei Tools. Lighthouse, Webpagetest, GTmetrics. Sehr empfehlenswert. Online-Jobs. Ich habe leider vorher gesehen, dass nicht so viele Leute von Online-Jobs da sind. Aber ich möchte da ein bisschen tiefer reingehen. Das Thema wäre Individualisierung. Und zwar ist die Problematik, dass es auf einem Shop je nachdem tausende von Produktseiten gibt, hunderte von Kategorien. Und eigentlich will ich ja auf jeder Seite den User möglichst gut abholen. Sprich, den User überzeugen, tolle Inhalte produzieren. Jetzt ist das ein bisschen schwierig, wenn das so viele URLs sind. Und oft sieht man mangelhafte Qualität. Eben von Textbroker oder woher auch immer. Und wie kann man das angehen? Sicher auch wieder wichtig Priorisierung. Nachher nach Regeln arbeiten, zeige ich gleich. Und je nachdem, wenn es Sinn macht, auch Teil- oder Automatisierung einbauen. Ich möchte bei Page Title Meta Description beginnen. Also Page Title kommt ja als Überschrift im Suchergebnis. Meta Description als Beschreibungstext meistens. Und das jetzt für tausende Seiten manuell zu erstellen, wäre zu aufwändig. Deshalb bietet es sich an, hier regelbasierte Logiken, Pattern zu erstellen. Und das Ganze pro Seitentyp und pro Sprache. Ich zeige ein Beispiel. Für eine Kategorie-Seite beispielhaft. Page Title, also man würde aus Konstanten und Variablen arbeiten. Vorne könnte die Kategorie-Bezeichnung stehen. Dann online kaufen Beispielshop.ch Ich möchte da ungefähr innerhalb von 55 Zeichen bleiben. Die Meta Description könnte so aufgebaut sein. Bestellen Sie Kategorie-Bezeichnung online bei Beispielshop und so weiter. Und das würde dann das System bei jeder Kategorie entsprechend ausfüllen und ausgeben. Beispiel Kategorie Fernseher. Fernseher online kaufen. Meta Description kommt auch schön heraus. Vorsicht bei gewissen Kategorie-Bezeichnungen. Schlafen. Gerne eine oberste Navigations-Bezeichnung in Möbel-Shops. Schlafen online kaufen ist schwierig. Online bestellen auch. Noch schwieriger werden Kategorien, die mit Kinder oder Damen oder Herren bezeichnet werden. Heisst, man muss wirklich aufpassen. Und alles schon gesehen passiert auch sehr schnell. Heisst, es macht Sinn dazu berücksichtigen, dass man halt sinnvolle Regeln definiert und den Kontext beachtet. Und am besten ist es, wenn auch die einzelnen Textsorten noch manuell übersteuert werden können. Gerade für wenn es solche Probleme gibt. Aber auch für sehr kurze Kategorie-Bezeichnungen oder sehr wichtige, die will man vielleicht manuell noch ein bisschen verbessern. Und Kategorien präzise bezeichnen. Also eben das Beispiel mit Kindern, das ist nicht so weit hergeholt. Man hat häufig Schuhe und kann dann weiter runter in der Navigation zu Kindern, Damen, Herren. Besser wäre da Kinderschuhe für die Kategorie-Bezeichnung. Oder auch Doppelungen vermeiden. Man sollte nicht via Möbel auf Gartenmöbel kommen und via Garten auf Gartenmöbel. Und es gibt zweimal die gleichen Seiten, weil sonst hat man ja wirklich wieder doppelten Inhalt. Die H1, also die Hauptüberschrift, bindet man da am besten auch gleich ein in das Regelwerk. Das kommt meistens dann gut heraus. Die Kategorie-Seite könnte dann Fernseher heissen als Hauptüberschrift. Wenn sie gefiltert ist nach einer Marke, könnte sie Fernseher von Samsung heissen. Oder auf Produkt-Detail-Seiten dann halt mit der Produktbezeichnung. Kategorie-Texte wurde auch schon angesprochen. Wir sind überzeugt, dass Kategorie-Texte nach wie vor wichtig sind. Wir sind aber auch überzeugt, dass es nicht mehr so SEO-Blabla-Texte sein dürften. Sondern, wie auch schon angesprochen, das müssten kaufberatende Texte sein. Das heisst, das ist ein bisschen aufwendiger. Es braucht auch irgendwie Know-how-Transfer, dass das jemand schreiben kann. Man muss schauen, dass das nur einmal verwendet wird pro Webseite und irgendwie sinnvoll platziert. Und logisch, bei der Erstellung muss man priorisieren, weil man meistens nicht so viele Kategorien abdecken kann. Noch zur Platzierung, das hat Markus auch angesprochen. Hier heisst ein Beispiel von Digitec. Keine Angst, die haben nicht den ganzen Text oben eingebaut, sondern den kann man ausklappen. Melectronics hat sich entschieden, das unten einzubauen. Wir sind auch überzeugt, dass oben eine bessere Wirkung da ist. Das heisst aber auch, dass der Text so gut sein muss, dass man ihn dem User zumuten kann. Jetzt noch zur Filterung. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Angenommen, wir sind wieder auf einer Kategorie-Seite. Fernseher. Ihr kennt es, man kann da filtern nach Marke, nach Bildschirmdiagonale, was auch immer. Und jedes Mal, wenn ich einen Filter auswähle oder Filterkombinationen, habe ich eine andere Auflistung da drin, habe aber auch eine andere URL. Sprich, mit diesen tausenden von Filtermöglichkeiten habe ich plötzlich tausende Inhaltsseiten. Und muss mir überlegen, was mache ich mit denen. Einerseits habe ich eine Chance, wenn ich die indexieren lasse, also als Suchresultat zur Verfügung stelle, kann ich mit Kombinationen Sichtbarkeit erzeugen. Wenn ich aber alle indexieren lasse, hat Google dann wirklich plötzlich tausende von URLs mit praktisch dem gleichen Inhalt, was zu Problemen führen kann. Also ein Vorgehen könnte so aussehen, wann indexiere ich und wann nicht. Abhängig vom Nutzen für den User. Also wenn es zum Beispiel bei einer Filterung genügend Produkte noch drin hat und vielleicht auch Suchvolumen besteht, dann indexieren. Zum Beispiel Samsung Fernseher. Das suchen sehr viele Leute. Oder Samsung Fernseher 49 Zoll Full HD. Das ist schon ziemlich lang mit vielen Filtern. Wahrscheinlich sind da nicht mehr viele Produkte da. Wahrscheinlich wird nicht häufig gesucht. Das kann ich also deindexieren. Wie das Ganze? Ich kann das technisch steuern. Indexierung sicher wichtig, dass die URLs, die ich indexieren will, auf der XML Sitemap drauf sind. Und auch ganz wichtig, die Seiten müssen dann auch individualisiert sein. Dass Google wirklich merkt, das sind unterschiedliche Seiten. Und dass der User gut abgeholt ist. Ihr seht dann ein Beispiel auch wieder von Melectronics. Wenn ich auf der Seite Fernseher nach Samsung filtere, kriege ich eine Seite, die an verschiedenen Orten wirklich mit Samsung ergänzt ist. Und die haben sogar einen separaten Text geschrieben, weil sie gewusst haben, da hat es Suchvolumen drin. Deindexieren kann ich vor allem, wenn ich das Canonical Tag auf diese URL setze und zum Beispiel den Link dann auf Fernseher setze. Oder wenn das nicht klappt, auch mit dem No-Index. Genau, und da auch wieder der Verweis auf Searchmetrics. Wie finde ich eigentlich heraus, wo es Suchvolumen hat? Das Keyword Discovery Tool, gerade in der neuen Suite finde ich sehr gelungen. Und da sieht man zum Beispiel, Fernseher wird in der Schweiz 7600 Mal im Monat gesucht etwa. Samsung Fernseher 1400 Mal. LG Fernseher 570 Mal. Also die Kombination Brand und Fernseher ist sicher lohnenswert. Dann noch kurz zu den Produktseiten, wenn es da tausende Produkte gibt. Das Problem ist häufig, man kriegt ja Produkttexte geliefert vom Anbieter. Und wenn ich das verwende und 100 andere Shops auch noch, dann gibt es für Google eigentlich keinen Grund, das zu verwenden. Heisst, im Idealfall versuche ich auch für die wichtigsten Produkte selber Texte zu schreiben. Da habe ich Vorteile beim Ranking, bei der Unverwechselbarkeit, bei der Beratung des Kunden. Muss ich natürlich massiv priorisieren, weil sonst sind es viel zu viele. Zum Beispiel orientiere ich mich am Umsatz oder an der Verfügbarkeit. Also es bringt nichts für Produkte, Texte zu schreiben, die in einer Woche weg sind. Und auch vor allem Produkte, die wirklich Erklärungsbedarf haben, wo der User etwas davon hat. Und vielleicht auch noch das Suchvolumen. Jetzt spannendes Thema, automatisierte Texterstellung. Nicht Texterstellung wie vor 10 Jahren, wo irgendwelche Schrotttexte herausgekommen sind, sondern Texte, die versuchen, die Produktmerkmale intelligent zu vertexten. Also Produktmerkmale mit qualifizierten Aussagen erklären oder Produktunterschiede hervorheben. Beispiel Waschmaschine. Häufig habe ich auf der Produktdetailseite technische Angaben und keinen Text. Ich sehe zum Beispiel, es gibt Waschmaschinen mit Fassungsvermögen 6 Kilo, 7 Kilo, 8 Kilo. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Entweder wird mir das hier erklärt und ich bleibe hier oder ich gehe irgendwo suchen und bin vielleicht weg. Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, man erklärt das. Und das ist wirklich jetzt mal ein sehr simples Beispiel. Also oben seht ihr, 6 Kilo ist dann für Einzelpersonen, 7 Kilo eher für 2 Personen, 8 Kilo eher für Familien. Kommt jetzt noch extrem hölzern daher. Aber man kann das dann weiter automatisieren, wo Texte umgestellt werden. Und das kommt dann eigentlich relativ bald gut heraus. Nicht mal unbedingt mit Fokus SEO, sondern wirklich Kundenberatung. Also wenn der Kunde etwas davon hat, dann habe ich als Anbieter etwas gewonnen dabei. Quellen. Wir haben ein White Paper und eine Webinar-Serie zum Thema SEO für Online-Job. Und bei Searchmetrics gibt es eine spannende Ranking-Faktoren-Studie. Ganz kurz noch zwei Themen. Local SEO. Für mich eine Baustelle, weil es häufig eben keine Baustelle ist. Sprich, bei ganz vielen Unternehmen ist das nicht auf der Agenda. Und deshalb sind sie häufig schlecht auffindbar oder es gibt fehlerhafte Angaben. Ich habe mich gerade gestern geärgert. Ich wollte ins Fitness. Schaute auf Google kurz nach. Bis 3 Uhr ist es offen. War um 2 Uhr da. Und zwar geschlossen. Und ich habe mich doppelt geärgert. Weil ich habe dem Inhaber vor 3 Monaten gesagt, er soll jeweils das anpassen in Google My Business. Ich habe selber vergessen, dass ich vielleicht auf die Webseite schauen müsste. Und er hat es wieder vergessen. Und braucht es halt auch Überzeugungsarbeit. Es gibt Studien, die sagen, dass bis zu 40% der Suchanfragen lokal geprägt sind. Man kann schauen, wie der aktuelle Status ist oder Konkurrenzanalysen machen. Auch in Searchmetrics gibt es wieder tolle Daten. Zum Beispiel bei den SERP-Features. Ich glaube, da kommst du nachher darauf zu sprechen. Da sehe ich zum Beispiel, in wie vielen Fällen ist Google Maps integriert. Also so kann ich herausfinden, ob das ein relevantes Thema für mich ist. Nachher gibt es eigentlich 3 Hebel, die ihr habt. Einerseits Standortseiten. Also jede Filiale eurer Webseite müsste eine optimierte Seite haben. Dann lokale Verzeichnisse. Die ranken einsetzen. Ja, eine Grafik von euch. Ich verweise dann auch gleich auf die Quelle. Und Google My Business. Das ist der Ort, wo ihr die Daten pflegt. Sieht so aus. War früher recht schwierig. Wer arbeitet aktuell mit Google My Business? Wer hat damit zu tun? Wer hat Spass daran? Erst landen. Okay. Ich finde es mittlerweile recht gut. Ich weiss noch, wir hatten mal für eine Bank Standorte optimiert. Filialen und Bankomaten. Google war super. Die verschicken einen Validierungscode per Post. Und haben die das zu den Bankomaten geschickt. Die natürlich keine Briefkasten haben. Heute finde ich, es ist ein bisschen besser handhabbar. Und halt wirklich extrem wichtig. Die Daten kommen auf Google Maps. Die Daten kommen in Universal Search oder im Knowledge Panel. Und sehr wichtig, ihr müsst die Inhaberschaft haben. Ihr solltet Basic Optimierungen machen. Also Öffnungszeiten korrekt machen. Wenn Reviews kommen, darauf antworten. Wenn sie zum Beispiel schlecht sind. Schöne Bilder drauf tun. Und schaut doch mal. Es gibt mittlerweile recht coole, so in Interaktion gehende Features. Zum Beispiel gibt es Fragen und Antworten heutzutage. Man kann also als User Fragen stellen. Wenn man Glück hat, beantwortet jemand. Man kann Posts erfassen. Also bei Brands, die häufig gesucht werden. Wie wahrscheinlich Jumbo. Das ist so Local Panel oben. Nachher unten auf Desktop sehe ich diesen Post. Ich kann also auf Jobs, auf Aktionen, auf irgendwas hinweisen. Und ich kann sogar Angebote direkt darin platzieren. Und kann da Verkäufe oder Reservationen antriggern. Auch ein paar Quellen. Blog Post von uns. Blog Post von Blue Glass. Mit einer coolen Übersicht von Verzeichnissen, die in der Schweiz relevant sind. Und auch noch ein Tipp mit der Google My Business App. Könnt ihr viel besser Interaktionen verfolgen. Also das macht es einfacher, zum Beispiel Reviews zu sehen. Oder sonst auf irgendwas zu antworten. Und zum Schluss, da kommt dann auch wieder das erste Kapitel dazu. Monitoring. Sehen wir auch häufig, dass Unternehmen nicht oder sehr einseitig monitoren. Zum Beispiel nur die SEO Visibility. Und einmal in der Woche freuen sie sich. Die nächste Woche ist wieder Panik. Oder mangelhafte Datengrundlage. Ich finde, Analytics ist recht komplex. Da müsste wirklich jemand im Unternehmen sein, der das gut im Griff hat. Und man sollte mit den Daten auch arbeiten. Ich finde, so drei Hauptbereiche sollte ein Monitoring beinhalten. Also eher technische Sachen wie HTTP-Status-Codes, Seitenladezeiten oder Indexierungsstatus. SEO-Kennzahlen, die man also aus SEO-Tools kennt. Wie Visibility-Rankings, Universal-Rankings und natürlich Analytics-Daten. Eigentlich egal mit welchem Tool und ob ihr das im Tool selber anschaut. Wie zum Beispiel in den Dashboards von Searchmetrics. oder ob ihr das wunderschön in Data Studio zusammenfügt. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass es benutzt wird. Ja, das waren so diese sieben Baustellen, die wir häufig sehen. Ich hoffe, eure Baustellen werden überschaubar bleiben. Vielleicht waren ein, zwei Inspirationen dabei für Tools oder Handlungsfelder. Was ich natürlich hoffe. Ja, und dann wäre die Frage, ob es noch Fragen gibt. Vielen Dank. Vielen Dank.